Im heutigen Video hat mein Cut-A-Mail wieder Clips von Streamern und Pros zusammengestellt. Falls euch das ganze gefällt, lasst gerne ein Abo da, ist kostenlos und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, würde ich sagen, fangen wir an. Äh, erster Clip, ich weiß nicht ganz genau wer das ist. Mit ganz genau weiß ich nicht, sagt mir jetzt nächstes Gesicht. Aber sehr schöner Quickscope. Oh mein Gott. Steht da noch 11.9 für die Gegner, ne? Oh mein Gott. Und, okay, Sinatra redet im Game. Wahrscheinlich ein Dur sein. Oh. Must. Sane. Mit der Rain of Icebox. Okay. Ich spiele einen auf. Okay. Clean, kann man machen. Good App, Free Fire. Und der auch nochmal durch die Wand gecheatet. Sehr stark. Ja, du sagst, Mann, du sagst. Go, go, go. Ich glaube, ich habe so Bock mal NA Rank zu spielen, ne? Wow. Ich kann Neon Ult. Neon Ult kann ich dich töten. Funktioniert bei mir nicht. Oh mein. Neon Ult kann ich nicht töten. Oh mein Mann. Komm mal. Paschen, paschen. Nebenbei noch auf ganz entspannt am Essen. Oh ja. Nice. Boah, Joro muss ich auch nochmal spielen. Boah, Joro muss ich auch nochmal spielen. Boah, Joro muss ich auch nochmal spielen. Boah, heute in Ranks spiel Joro, sag ich. Seh ich mich. Nochmal schön am reinschmatzen. Geil. Boah, ist richtig am reinschmatzen. Boah, ist richtig am reinschmatzen. Boah. Boah. Es. 6K, 6K, Heaven. 6K, 6K! 6K! Nein! Warum ist Xepa so am Schreien? Nein! 6K! 6K! 5K! Ist richtig am reinschmatzen und sein Team-Age schreit die dann. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Sein Neon-Movement. Halsmaul. Halsmaul. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Was? Das hab ich ja noch nie gesehen. Krasseste Neon-Movement, das ich je gesehen hab. Okay, ich mach das. Oh mein. Oh mein. Kann man machen. Oh Lechi. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh mein Gott. Bitte klippt das jemand. Oh. Zeig nochmal her. Cool. Guter Flick auf Controller. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Er hat sich so auf den Freakill gesehen. Wie er lacht. Er weiß. Okay. Okay. Einen noch. Boah was? Er hat drüber geschossen oder? Hä? Er war oben drüber. Er ist oben drüber geflogen der Schuss. Er ist einfach so auf der Schuss. Er ist wie ein Überzeuger. 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 Er ist sicher wie ein Schuss. wurde. Aber flashen, kurz warten, die sind wieder anflasht, swingen rum, wollen nicht halten. Oder peaken. Und dann. Oh mein Gott, ist das clean. Enjoy, I hope your mom die. Oh. And I hope you get banned. Bye, bye. Das war's. Boah, cool der Sheriff. Bei SeaWorld kracht in letzter Zeit eh. Hard. Cool mit dem 3K. Cool mit dem 4K. Oh mein Gott, die Ult. Und der Kill. Ah, er hat kein Heal mehr. Schönes Ace. Das ist so krank. Er ist so gut. Redix ist ja auch so stark, man. Ein sehr starkes Spieler geholt. Ist das Ping, ja, ne? Ist krank. Aber, oh Gott. Können wir mal ein bisschen festhalten, was das für eine Lobby war? Stell dir vor, ich spiele gegen die. RRQ Monjert. Okay. Monjert, Forsaken, Ping. Würde mir stinken. Demon One. Okay, Ubersault. Clean. Oh mein Gott. Boah. Boah, Sheriff One-Shot fühlen sich immer so clean an, ne? Oh mein Gott, warte. Oh wait, ich wünschte, du sahst das. Gut, 10 spielen, hast du was? Was war denn das? Geil, der hat ja komplett genascht. Briggs muss regeln. Briggs mit dem ersten. Champions-Sendal auch geil. Das ist die 5 Wadou, das kommt bei dir nur aus. Briggs mit dem zweiten. Stark. Oder boom. Hier regelt nur einer. Stark. Aber doch direkt fürs Ace gerannt. Ja. War wahrscheinlich selbes Game. Er hat die komplett genascht, das Game. Jesus. Hinter ihm. Oh mein Gott. Ich glaube, ihr habt nicht verstanden, was da passiert ist. Ich glaube, die Gag-Ult hat die Schüsse von Neon geblockt. Oder sie hat er daneben geschossen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh, Jessie? Nein, nein, nein. Er wallbangt einfach alle. Das ist so krank. Nade-Shot. Eins gegen vier. Und das steht 13, 12 für die Gegner. Oh mein Gott. Okay, das ist krank. Das steht 13, 12 für die Gegner. Nova, du bist ultra krank am Carrying. Das ist timing vom Clip. Kurz gecheatet auf Sound. Zeig mal her. Back-to-back-edlicher Abgewinner. Ah, das ist krank. Das ist krank. Die Shotgun-Matcher. Oh, die immer wieder mit dem Sheriff. Das wird clean. One bullet, all he is need. All he needs. So clean. Oh, das ist, das ist nicht es. Ich stehe auf Controller, hat keine Ahnung was er macht. Das ist grimm, oder? Ich weiß, genau. Hey, wo ist die Flank? Yo, Block. Ja, er war krank. Clean. Ich bin so am reinschinken die letzten Tage und Wochenendranked. Wenn ich das sehe, ist das schon sehr clean. Oh mein Gott. Nein, der wurde defused. Aber er macht einen Ace. Er macht einen Ace. Bada Bum. Hier regelt Briggs. Obwohl er alle Kills macht. Nicht. Briggs hat nicht geregelt. Aber, er ist gut. Das ist wichtig. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder.